Hallo Leute, hier haben wir den Tier-Rätsel-Statue da jetzt und das ist ganz easy, ich bin jetzt der Bill erst da, so, demnächst müssen wir im Pilli spielen, weil er den Zippo hat, also, wir nehmen jetzt den Hirsch, so, als Hirsch kommt der nächster dran, der Wolf, so, wo ist denn der, so, als nächster kommt Pferd, dann kommt der Tiger, so, Schlange, okay, warte mal, so, jetzt, was ist denn da los, was soll das, ich stehe ja neben der Schlange, ah, jetzt geht's, okay, so, zum Schluss, kommt aber, okay, das war's, ähm, ich hoffe ich habe euch helfen können, und werde auch, verlinken, das in der Reihe, Folge, und ich werde, demnächst noch, noch paar, paar Teile machen, für Resident Evil Zero, und haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.